So, hier wird Top Nummer 6, auch eine schöne Gartenwohnung mitten in Enzborn. Wir gehen direkt in den Wohnbereich mit Küche. Ausblick auf eine melanchole Garten der Rasse in den Westen. Da ist noch ein Schlafzimmer, ein Slides. Schau mal in die Richtung rein. Okay, da kommt jemand. Okay, Platz für den Schrank, genau. Und wir gehen wieder raus. Wir drehen uns noch einmal um. Rasse. Uah, Reingangstür. Bordzimmer mit Küche. Und da geht es noch ins Bad. Da ist noch einmal die Technik verteilt. Da ist in dem Badezimmer noch ein bisschen cool weiter. Später natürlich ohne. Hier eine sehr schöne Dusche. So, das war's.